Zeig dich so, heißt die aktuelle Einführungskampagne des BMW X2. Dass sich bei diesem Einführungsevent die liebe Frau Holle aber so zeigt, war nicht geplant. Bei strengen Minusgraden und weiß gepuderte Umgebung musste der neue BMW X2 bzw. das X-Drive System von BMW zeigen, dass es auch unter sehr widrigen Witterungsbedingungen beständig und vor allen Dingen souverän Wippe, Kippwinkel, Verschränkung und Brückenüberfahrt mit bis zu 45 Grad Steigungen bewältigen konnte. Bewährungsprobe bestanden, attestierten die Besucher von Auto Leibmann in Passau. Und auch ich meine, dass sich der X2 so auf allen Wegen sehen lassen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.